Wie geht nochmal dieser kitschige Spruch, das Einzelkonstante im Leben ist der Wandel, oder? Naja, aber irgendwie stimmt das ja ziemlich, denn wenn man mal so wirklich überlegt, es wird nie, nie wieder mehr diesen Moment von jetzt gerade eben geben. Wir können das gleiche sagen und die Umstände oder die Situation so gut es geht nachmachen, aber es wird immer Unterschiede geben, ein ständiger Wandel und mir ist gerade im letzten Jahr aufgefallen, wie viel sich allein in einem Jahr verändern kann, auf der ganzen Welt und auch bei dir in deinem Leben, allein in einem Monat oder dieser eine Moment, der alles verändert. Wandel, Veränderung, Zeit, für viele etwas Schlechtes, manche haben Angst davor, Angst vor schlechten Veränderungen, vor Fehlern, vielleicht vor dem Tod. Dabei ist das alles, dieses Leben, das ständig etwas Neues passiert, ein neuer Moment nach dem anderen. Denn dieser Wandel kann genauso gut auch etwas Positives mit sich bringen, einen Wandel in dir hervorrufen. Und eigentlich macht das das Leben doch erst neugierig, aufregend oder besonders, oder? Ja, Fehler passieren und schlechte Zeiten kommen. Ich meine, es ist eine 50-50-Chance, ob es gut oder schlecht läuft. Aber genau diese Veränderungen, diese Fehler, dieser Weg, unser Weg, das lässt uns wachsen und bringt uns irgendetwas bei. Wir lernen etwas. Wir werden niemals diesem Wandel entgehen können, da jeder Moment einzigartig ist, neu ist. Aber wir können entscheiden, wie wir mit diesem Wandel umgehen, die Chance nutzen, aus Fehlern lernen, sich entwickeln und spüren, was uns wichtig ist.